Yo, yo, yo! Jetzt ist endlich schönes Wetter. Jetzt kann ich endlich mit den Drohnen fliegen. Ich habe zwar nicht gedacht, dass ich das heute noch hinbringen werde, denn vor zwei Tagen hat es noch so ausgesehen. Jetzt ist es aber schön sonnig. Nicht so wie gestern Abend, als ich noch mit Alex draussen war, richtig kalt war. Ich bin hier mit Alex Photography. Ich sehe fast nichts. Ich werde einen Night-Shoot ausprobieren. Musik Es ist so saukalt hier. Die Füsse sind am Einfrieren. Und die Hände. Ja, langsam ein bisschen zurückgehen. Musik Okay, ich habe nie gesagt, das ist f***ing freezing. Musik 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 Der erste Ort ist abgedreht. Auf zum nächsten. Jetzt bin ich auch wieder mal beim Nebelmeer angekommen. Inklusive Nicolas. Hallo. Das sieht einfach nice aus, oder? Wow. Wir stehen da gerade vor dem Nebelmeer. Ich gehe mal schauen, wie es oben daraus aussieht. Wir sind jetzt gerade einmal fünf Minuten runtergefahren. Und jetzt sind wir schon wieder im typischen Schweizer Wetter angekommen. Aber es sieht auch noch nice aus. Let's go up! Musik 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 Hier ist er am kalibrieren. Es blinkt auch. Die batt intelligentische Signale. Das war's für heute. Wir haben mal ein Ende für meine Vlogs gemacht, habe ich ein Ende. Bis zum nächsten Vlog. Nein. Schade. Schade.